Ich erlebe am Digital Turn viele Teilnehmer des Bildungssystems, die die Hoffnung haben, dass die zarten Pflänzchen, die aus der Digitalisierung inzwischen erwachsen, auch zu größeren Experimenten und zu einer Bewegung werden. Und wir von Betamax wünschen uns, dass vor allem den Lehrern möglichst viele Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.